Was geht bei euch, meine Damen und Herren? Willkommen zu einem weiteren CSGO Matchmaking. Auf Cash. Mal schauen, was sie vorhaben. Was? Ich geh wie immer Secret, ja, ich bin der Secret Boy. Vielen Dank für die ultra-harte Daumen-Action auf dem letzten Video. Es hat irgendwie direkt nach einer Stunde oder so was 50 Likes gehabt, das war echt ultra-krass. Und hat jetzt mittlerweile an die 100. Vielen, vielen Dank dafür, Leute. Oh, Inhuman. Ja, schnell, 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 schnell. Geblenden. Du hast die Bombe, geil! Geblend, yellow. Yellow, we got the bomb. Alter, what the fuck? Es ist so dumm, One-Man. Die Bombe wäre seit 5 Sekunden schon am liegen hier. Damte Kacke. Okay. Ah! Und wer ist schuld, dass die Bombe 30 Jahre später gelegt wurde? Yellow! So was einfach so dermaßen zum Kotzen. Und das Spiel verläuft ganz anders, wenn die Bombe halt früher gelegt wird, die CTs viel früher in die zeitliche Bedulie kommen und sich beeilen müssen, weil dann machen sie Fehler, wenn sie sich beeilen müssen. Aber da wird lieber geschossen. Wisst ihr, ich rette ihm den Arsch auf dem Spot, dass er direkt planten kann. Aber er muss ja erstmal noch weiterschießen. Auf Bums. Juckel. Und ihr wisst ja, wie es ist, wenn man die erste Runde gewinnt. Dann hat man Aufschwung. Einfach diesen, ah, sehr gut. Und dann läuft es meistens in der zweiten Runde auch besser. Aber das sollte leider nicht sein. Aber immerhin drei Killarinos, also was will ich mehr? Ich gehe jetzt direkt wieder squeaky und habe trotzdem die Bombe so ein bisschen im Auge. Die Mates vergessen die da dann doch meistens, wenn sie so weit hinten liegt. Komm, ich peek jetzt kurz. Na, ist nix. Ist einfach nichts zu machen da. Ich werde jetzt mal zu ihm auf Mitte gehen, zu Orange. Ich werde hier mal mollieren. Oh shit. Fucking too late. Mates down. Und ist Headshot. On B. Now on Spot. Der wollte nicht down gehen. Ich meine, dass wir beide auf ihn geschossen haben. Also der Kollege und ich, aber er ist einfach zu spät gefallen. Die Runde müssten wir jetzt schon irgendwie gewinnen, ne? Weil sonst, äh, bauen die halt so schnell einen unangenehmen Vorsprung aus. Oh. Ha. Ich gucke jetzt einfach nochmal auf B. Oh, um Gottes Willen. Und ist Low HP on B. Oh, der ist schon vorgerusht. Nice, das war der, alles klar. Was für ein Frechdachs. Also wirklich, sowas ist gar nicht erlaubt. Genau. Jetzt machen wir eine ziemlich krasse Pistolrunde, Jungs. Sind wir am Start? Blau scheinbar nicht. Rush. We need to rush. Sehr schön. Oh, da ist noch einer On Spot, nehme ich an. Won't be On Spot. Wow. Der Rush ging leider etwas ins Gesicht. Ich denke, dass wir so bei CT wahrscheinlich schon ziemlich hart beuteln werden. Aber wir müssen bei T schon ein paar Runden holen, ne? Sonst wird es schwierig. Wow. Ich gehe außenrum. Da kann ich nicht durchgehen, Alter. Volles Feuer. Und ist mit. Wir sind jetzt bei allen. Ultra, ultra fast. Sonst schaffen wir das nicht. I'm going to plant. Default. Highway kommt einer. Und sicherlich auch Main. Hier stehe ich halt echt turnsönig. Aber okay. Läuft. Er ist down. Ah, der kam direkt hoch zu ihm. Er ist von K. He's coming, he's coming. Er rusht, ohne nachzuladen. Er killt den Mate und geht mit seinem halb leergeschossenen Magazin einfach ran. Na also. Na also. Sehr schön. Da hat Yellow die erste Runde wieder rausgeholt. Hier in der sechsten Runde. Wahnsinn. So, jetzt gehe ich nochmal auf B und bin diesmal gefasst auf den, der vielleicht rusht. Ja, da ist Aua irgendwas und ist Klaus und Wink. Alter, er nutzt den Kollegen. Nein, 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 nein. Hier kann man nur so unklicken sein. Eigentlich fünf Kills und dann aber einfach tot, ohne irgendeinen zu killen. Dieses Anlag ist einfach unfassbar. Es war jetzt auch nicht gerade prickelnd, aber immerhin habe ich die Begegnung überlebt. Kommt da einer. Ist da ein Feind drin? Weiter, sagt der bitte was an. Oh nein, bitte Blau, jetzt piek ihn nicht auch noch. Bitte nicht. Blau geht mit seiner AWP gerade voll hin. Er rennt einfach voll rein. Wir stehen so weit hinten und müssen viel aufholen. Er wird die AWP riskieren. Und sogar die Runde. Stellt euch vor, er wäre direkt Lucky geholt worden von dem Auf-Car oder sowas. Und er hätte mich dann auch noch geholt, weil ich es auf AWP hatte. Na, ist nicht schön. Ich kann mich eigentlich auch an sich, bis auf die paar Patzer, nicht über das Team beschweren. Die sind eigentlich ganz in Ordnung. Also sind nett und sagen an und pipapum. Nur fehlt es ihnen wohl minimal an Erfahrung, was gewisse Situationen angeht. Also mit der AWP auf den einen zuzurennen, wo die Bombe doch noch recht frisch gelegt ist. In der Situation, wo man nur noch zu zweit ist. Schon wieder machen sie die Pistolrunde. Das fassen sie jetzt nicht. Coming. Oh fuck. One is behind. Habt ihr das gesehen? Dieser AWP-Schuss. Also es war klar, dass er da steht. Er trifft mich. Dadurch bin ich so langsam, dass er mich fast noch mit der Pistol holen kann. Ihn verstehe ich ja nicht richtig. Ich glaube, er hat eben gesagt, let's go fast B. Aber er geht Richtung A. Jetzt gucken wir mal, was uns hier auf A erwartet. Wir wollen jetzt alle zusammen gezielt irgendwo drauf gehen. Wir haben festgestellt, dass wir uns einzeln nur aufreiben lassen. Vor allem, weil die Cities halt wirklich echt, die decken schön ab. Und hauen auch immer mal wieder einen kleinen Luckshot rein. Und dann ist es immer angenehm, wenn der Zweite einfach schon am Start ist. Am Planten? Okay. Open Main. Also er will jetzt über den Connector auf B gehen. Und da geht er jetzt doch wieder A. Doch A. Ach, weck mich doch, ey. Okay, es herrscht so minimale Verwirrtheit. Okay, das ist die vorletzte Runde hier. Natürlich, ganz klar, Elite ist logisch. Alles unter Elite ist totaler Quatsch. Wow. Mate. Oh, jetzt ist er stehen geblieben und ich muss hinten bleiben. Hauf HP in Main. Oh, er guckt genau dann weg, wenn der Gegner kommt. Die haben so ein Glück. Das ist Wahnsinn. Dabei sah das jetzt ja auf den ersten Blick gar nicht so schlecht aus. Ein bisschen unglücklich, dass halt der Mate... Entweder wurde er von den Moly kurz geblockt und deswegen hat er gestockt. Oder er hat sich erschreckt und hat dann überlegt, gehe ich jetzt noch durch oder nicht? Also wie weit fliegt der an mir vorbei? Ist der eher hinter mir, vor mir? Aber ja, dadurch hat er mich halt komplett aufgehalten. Aber komm, in 10.5 machen wir jetzt noch. Au. Oh, sorry. Dankeschön, Mate. Der Mate ist da drüben. Okay, alles klar. Nice. Incoming. I think one is behind. Hä? Stand der Mate nicht genau bei Connector und hat da voll reingeguckt, so von da unten? Ich höre einen hinter mir laufen, der jetzt dann gleich von Mitte kommt und ich drehe mich um und fokussiere nicht mehr auf Connector, weil hinter mir Steps sind und dann kommt der Connector raus. Krass. Oh, oh. Wow, das ist doch kein Stack. Das ist ein Rush. Was macht ihr? Die sind einfach vorne durchgelaufen. Car. No. Another one on car. Main, Steps. Wo sind die denn jetzt? Oh. Oh, la, 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 la. Er hat hit. Just wait, wait, wait. Nice. Nate, 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 sorry. Wo ist denn der AK? Hey. Ruhig, den AK. Komm schon, Jungs. Das reißen wir doch noch irgendwie rum. Oh nein, der eine ist schon direkt wieder gefallen da auf. Bäh. Sehr schön. Der Main ist down. Ich faller da mal ein bisschen hin. So. Sehr gut. Sehr gut. Simpel hol zwei Leute weg. Nice. Nice. So. Tier ist erstmal gemolliht. Da kann er nicht hin. Wo war denn der jetzt? Warum sagt er nicht dann? Er sagt nur, jup. Er ist tot. Nice, da ist er. Super. Ich stehe scheiße jetzt. Ich würde gerne On-Spot gehen. Alles klar. I'm coming. Nice. Jungs, jetzt habt ihr hier eine Farmers zu viel gedröppelt. Ach, Mensch. So, krass. Alter, wie sie reinhasseln. Na also. So muss eine B-Deckung laufen. Genau so. Wird das etwa das Comeback des Jahres? Der eine hört ultra laut Musik. Das verstehe ich nicht. Wie kann man nur beim Zocken Musik hören? Also bei einem Spiel, bei dem man sich konzentrieren muss. Jetzt wie bei Counter-Stricken. Das kann ich nicht nachvollziehen. Pump down in front of B. Okay. I'm coming. Luder schreibt der eine. Ich laufe auch noch voll in die Nate rein. Ich habe mir so ein bisschen gewünscht, dass der hinten bei Quad ist. Da ist leider Secret gegangen. So, ich haue es hier direkt. Ah. Wow. Was für eine elegante Flash. Komm, dann gehe ich mit hier rüber. Okay, da ist nichts. Oh, scheiße. Der ist da unten. Habt ihr ihn gesehen? Tu mir mit. Nein, 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 nein. Oh, ja. Er ist noch abgebrannt. Ich wollte gerade sagen, dieser Kackboy. Wer geht denn bitte schön durchs Feuer durch? Wie aggressiv ist der? Aber schön zwei genannt. Naft. Ah, da hat er die Runde geholt. Fürs Defusler sei da nicht gereicht. Aber das muss jetzt auch ohne Defus gehen. Oh, Bombe ist vor B. Mal mit front of B. Schnell hin, schnell hin, schnell hin, schnell hin. Jetzt müssen wir aggressiv spielen hier, Jungs. Bombe. Bombe ist sogar durchgegangen. Guckt euch jetzt mal an. Die Bombe ist bis hierhin geschlappt. Da waren zwei oder drei Leute gestanden. Ist der durch so eine Smokewand durch, oder wie? Ja, dann das will er gemacht, der alte Wizard. Er hat eben gefragt, ob jemand ein Palace will. Ich bin etwas unschlüssig. Ich glaube, er weiß nicht, auf welchen Map wir spielen. Können die eigentlich irgendwann auch mal A kommen? Wir müssen nicht jedes Mal woanders hin verschieben. Also Purple und ich. Guck mal, Purple ist schon gleich komplett durch. Und da ist er genutzt worden. Schade. Jetzt wissen sie, dass einer auf A fehlt. Sehr schön. Sample hat noch einen genutzt. Ich bleibe jetzt ganz stur hier stehen. Ich werde jetzt meinen Posten nicht verlassen. Außer irgendwo geht es rund. One is scoping in a main. Steps in a main. Ich flasche nochmal rein. Okay. Jetzt kommen die gleich raus. Pass mal auf. Pass gerade mal auf 8. Oh. Na gut, die Runde haben sie echt ausgesessen. Kann man mal machen. Und schon sind es nur noch fünf Runden, die uns... Oh. Dann schiebe ich auf Mitte. Aber B sieht noch gut aus. Oh. Doch nicht. One minute. Die hat er bestimmt gefressen. B ist clear. Alles klar. Oh nein, er ist durchgegangen. Oh. Ich dachte, die werden jetzt auf B. Aber warum geht der in dieser letzten Runde, in der wir wirklich fokussiert spielen müssen? What the fuck? One minute, I think. I don't know. Hä? Hä? Ja, das da war... Der hat ihn auf Mitte durchgelassen. Vielen Dank, mein Freund. Ich dachte gerade, wo kommt denn jetzt der AWP-Schuss her? Ich dachte, das wäre ein Teamkill gewesen. Oh, wie behindert ist denn das, bitteschön. Guck mal, die anderen zwei wären da schon so gut wie tot gewesen. Auf A. Na ja, komm, es muss auch schlechte Spiele geben, damit man die guten appreciatet. Vielen Dank, dass ihr zugesehen habt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, vergesst die Livestreams nicht. Dreimal die Woche. Die Zeiten stehen in der Videobeschreibung. Interagieren und so weiter. Ihr wisst Bescheid. Ciao, ciao. 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 Ciao.